Da war ich, als ich 18 war. Das ist auch einfach das Motto. Eat, sleep, bierbrunnen, repeat. Das sehe ich aus wie so ein Fisch. Wenn ihr das hört, dann macht ihr auf jeden Fall alles richtig. Und dann fühlen sie sich auch richtig, richtig weich an. Hello und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich komme gerade vom Sport. Meine Haare sehen aus wie so ein Vogelnest. Und ich hatte mir überlegt, dass ich mal meine Lockenroutine abfilme. Dadurch, dass mich auch einige gefragt haben, wie ich meine Haare so style. Ich habe ja Naturlocken. Meine Haare sind immer ein bisschen schwieriger zu bändigen. Und ich habe auch extrem lange gebraucht, um da jetzt so eine Routine zu finden. Ich bin aber super happy damit. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute mal so ein bisschen das, was ich mache. Welche Produkte ich benutze. Ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mal an. Wir starten jetzt einmal mit meinem Hair Euling. Und zwar mache ich das immer vor dem Haare waschen rein. Das ist ein Rosmarin-Mintöl. Kann ich euch gerne mal unten verlinken. Dazu habe ich hier noch so eine Bürste. Die kann ich euch auch gerne verlinken. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt in meinem Favoriten-Video oder so. Und genau, das mache ich jetzt auf meine Haare rauf und lasse das dann so. Ich mache es eigentlich immer unterschiedlich. Mindestens eine halbe Stunde einwirken. Und dann wasche ich meine Haare. Manchmal lasse ich es auch länger einwirken. Aber nicht über Nacht, sondern immer über den Tag irgendwie. Wie es halt passt. Perfekt. Ich sehe aus wie so ein Otto. Ich fange an. So, die Menge ist auch immer unterschiedlich bei mir. Ich mache das irgendwie immer so nach Gefühl. Ich mache das hier auf die Kopfhaut. Und jetzt fange ich an mit diesem Ding, das so ein bisschen einzumassieren. Allerdings mache ich das kopfüber. Dann sehe ich meistens aus wie so ein absoluter Upcoming von Hagrid. Und mache mir einfach so einen richtig fetten, hohen Dutt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das lasse ich jetzt einwirken. Und gehe in der Zwischenzeit einfach mal eben meinen Körper abduschen. Ich fühle mich nämlich wirklich komplett eklig. Es sind 30 Grad draußen. Und meine Klimaanlage im Auto ist kaputt. Das heißt, es war einfach nur unangenehm. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Zeit ist jetzt um. Ich werde jetzt gleich duschen gehen. Und ich mache meine Haare jetzt einfach über der Badewanne, damit ich euch das besser zeigen kann. Normalerweise mache ich ja immer so All-in-One. Also Körper und Haare. Das macht ja eigentlich jeder immer so. Und ich zeige euch jetzt mal einmal meine Produkte, die ich benutze zum Haare waschen. Also ich benutze... Also ich mache erstmal meine Haare nass, ganz normal. Dann benutze ich dieses Shampoo hier. Ich verlinke euch alles unten und packe euch die genauen Infos einfach unten rein, wie die Sachen heißen. Das ist von der Marke Shu Uem... Boah, ich habe absolut no plan, wie man das ausspricht. Shu Uemura. Das ist das Ultimate Reset Shampoo. Das habe ich damals von meiner Friseurin empfohlen bekommen. Ich glaube, das ist für extrem kaputte Haare. Und ich komme damit richtig gut zurecht. Das ist ein bisschen teurer. Ist halt Friseurbedarf. Aber es riecht unnormal gut. Und es hält auch relativ lange. Also man braucht davon auch wirklich nicht viel. Und ich wasche meine Haare immer zweimal mit Shampoo. Also damit einfach wirklich alles rausgeht. Alle paar Monate wasche ich meine Haare auch nochmal mit so einem Tiefenreinigungs-Shampoo. Da habe ich einfach so ein grünes aus der Drogerie. Also da braucht ihr jetzt nichts teures oder so. Also normalerweise wasche ich meine Haare einfach zweimal mit diesem grünen Shampoo hier. Danach benutze ich immer die Maske aus derselben Reihe. Die riecht auch unnormal gut. Und geht auch nicht so schnell leer. Also ich benutze da immer so eine walnungsgroße Menge. Müsst ihr dann mal schauen, wie das für eure Haare so am besten ist. Und lasst das kurz einziehen. Drei Minuten oder so. Die Maske benutze ich auch nicht bei jeder Haarwäsche. Ich mache das bei jeder zweiten oder dritten Haarwäsche. Und sonst benutze ich immer noch den Conditioner. Den benutze ich jetzt aber auch, wenn ich die Maske benutze. Das habe ich nämlich letztens erst bei TikTok oder so gesehen. Oder bei Insta. Dass wenn man die Maske benutzt, dass man danach auch noch den Conditioner benutzen sollte. Damit sich diese Schuppenschicht schließt. Weil die irgendwie durch die Maske geöffnet wird. Und dann, ich habe absolut keine Ahnung von Haaren und wie das alles funktioniert. Aber das habe ich auf jeden Fall bei Insta gesehen. Dafür benutze ich auch den Conditioner aus derselben Reihe. Funktioniert für mich richtig gut. Ist zwar wirklich alles ein bisschen teurer. Aber das sind einfach die Produkte, die für mich aktuell am besten funktionieren. Vielleicht probiere ich ja nochmal was Neues aus. Ich bin eigentlich immer relativ experimentierfreudig, was meine Haarpflege angeht. Und probiere auch gerne mal neue Sachen aus. Aber die Sachen muss ich ja auch irgendwann mal alle machen. Also ich kann ja nicht einfach immer neue Sachen kaufen. Deswegen, das benutze ich dann nochmal als Conditioner. Einmal am Ende, nachdem ich dann immer rausgewaschen habe und sowas. Lasse ich auch so ein, zwei Minuten einziehen. Und dann bin ich auch durch. Dann wasche ich am Ende meine Haare noch einmal mit kaltem Wasser ab. Weil das irgendwie so richtig schön erfrischend ist. Und ich habe das Gefühl, das lässt nochmal so einen schönen Glanz da. Und das fühlt sich irgendwie jedes Mal richtig gut an. Und dann mache ich mir so einen kleinen Tourbahn. Und zwar mit einem T-Shirt. Ich würde es nicht mit dem Handtuch machen, weil die Reibung sehr doll ist bei dem Handtuch. Was auch richtig gut ist, sind Mikrofaser-Handtücher. Ich benutze aber immer einfach so ein Baumwoll-T-Shirt. Das ist ja einfach so ein T-Shirt aus dem Bierkönig aus Mallorca. Nicht Bierkönig, Bierbrunnen. Falls ihr Calaratiada kennt, da war ich als ich 18 war. Das ist auch einfach das Motto. Eat, Sleep, Bierbrunnen, Repeat. Dieben wir. Es ist halt einfach mein Haarhandtuch. Ich liebe es einfach. Das nehme ich auch überall mit hin. Weickel dann meine Haare ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Natürlich musste ich mich jetzt auch schon wieder richtig doll beeilen, weil mein Akku einfach alle war. Deswegen, ich habe ihn jetzt kurz aufgeladen, aber wir müssen uns beeilen. Ich mache das jetzt mal auf. Jetzt geht es wie folgt weiter. Und zwar benutze ich immer so ein Kopfhaut-Elixier. Das soll den Haaren so ein bisschen beim Wachstum helfen, die so ein bisschen anregen. Ob das jetzt letztendlich was bringt, weiß ich nicht. Ich habe es früher mal benutzt und da fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Das machen wir jetzt einmal über den kompletten Kopf. Und das massiere ich jetzt einmal ein. Kopf über. Ready? Jetzt käme ich meine Haare mit dieser Bürste hier. Es sagen ja immer alle, dass man die Haare nicht nass kämmen soll. Aber bei Locken geht es leider nicht anders, weil man die nicht trocken kämmen kann. Und man kann sie jetzt ja auch nicht einfach gar nicht kämmen. Deswegen muss ich das nass machen. Ich fange immer mit den Spitzen an und arbeite mich da so ein bisschen hoch. Ich mache das auch immer schön vorsichtig. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen beeilen, weil ich Angst habe, dass der Akku wieder alle geht. Aber das kriegen wir jetzt schon hin. Dadurch, dass die Haare jetzt ja schon ein bisschen leicht angetrocknet sind, möchte ich sie nochmal nass machen. Und zwar benutze ich da immer so einen Wasserspender. Und damit sprühe ich mir meine Haare einfach nochmal ein. Ganz normales Leitungswasser. Jetzt ist sie wieder so ein bisschen nasser. Und ich benutze jetzt einmal diesen Hitzeschutz hier. So eine Blow-Dry-Cream, auch von der Marke. Kann ich euch gerne auch unten mal verlinken. Und ich mache das jetzt einfach mal überall rein, weil ich ja gleich ein bisschen mit Hitze arbeite, aber nicht viel. Jetzt kämme ich meine Haare nochmal durch, damit sich das auch schön verteilt alles. Übrigens tut es mir leid, dass das die ganze Zeit so ein Lichtflackern ist. Ich kann das leider nicht ändern. Das liegt an dem Spiegelschrank. Und wenn ich das Licht ausmache, dann ist es viel zu dunkel. Sieht aus wie so ein Fisch. Der wichtigste Step und zwar das Leave-In. Ich habe hier mir was Neues von Amazon bestellt. Das habe ich euch, glaube ich, schon zweimal gezeigt. Ich liebe diesen Styler für die Locken. Der hält so gut und macht die Locken einfach so schön. Ich nehme da immer erstmal so ein bisschen und mache das hier vorne so ein bisschen rein. Und ein bisschen auch so oben drauf, damit die Haare nicht so abstehen. Jetzt nehme ich mir pro Seite nochmal ein bisschen was und mache das erstmal auf die eine Seite und dann noch auf die andere Seite, damit ich überall genug Produkt habe. Und dann kommt das Scrunchen. Dafür schiebe ich euch mal kurz ein bisschen runter, denn ich mache das auch natürlich wieder über Kopf. Ich nehme mir da nochmal so ein ganz bisschen und nehme die dann so runter und fange an, meine Haare so hoch zu scrunchen. Das muss so richtig das Geräusch machen. Hört man? Wenn ihr das hört, dann macht ihr auf jeden Fall alles richtig. So, und so sehen die Haare dann aus. Ich drücke sie dann meistens hinten noch so ein bisschen platt runter, weil meine Locken hinten leider ein bisschen ausgeprägter sind als vorne. Weil die auch einfach leider ein bisschen verschnitten wurden vom Friseur. Die sind einfach kürzer als die vorne. Wie kann man das verschneiden? Verstehe ich nicht? Manche Haare sind auch leider nicht wirklich lockig, wie zum Beispiel diese Kandidaten hier. Die regen mich auch jedes Mal auf. Kann man halt nichts machen. Muss ich mal wieder abschneiden. Das, was ich jetzt noch mache, ist meinen Shark benutzen. Und zwar mit dem Diffuso-Aufsatz, weil der einfach nicht so intensiv ist wie gar kein Aufsatz. Und dann föhne ich meine Haare einfach nur so von der Seite. Also ich packe sie nicht mehr unten rein, so wie ich das mal gemacht habe. Sondern föhne sie einfach nur so ein bisschen seitlich, bis die Haare bei der Kopfhaut getrocknet sind. Die Längen können auch nass sein. Und dann lasse ich das Ganze einfach zwei, drei Stunden Luft trocknen. Also man braucht da halt auch schon ein bisschen Zeit. Aber so funktioniert das am besten. Und so sehen die Locken tatsächlich am besten aus. Als wenn ich die komplett diffuse, dann sehen sie leider nicht so gut aus. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe meine Haare jetzt angeföhnt und so sieht das Ganze jetzt aus. Genau. Und jetzt lasse ich den Rest einfach Luft trocknen. Und würde sagen, ich zeige euch dann später mal, wie die trocken aussehen. Aber man sieht durch das Gel, ich finde die bündeln sich richtig schön. Mir gefällt das richtig gut. Könnte natürlich noch ein bisschen länger sein, aber ist okay. Die wachsen schon. So Friends, es sind jetzt glaube ich zwei Stunden vergangen. Meine Haare sind so gut wie trocken. Vorne sind sie noch ein bisschen nass. Aber nee, nicht nass, sondern so ein bisschen feucht. So sehen sie jetzt aus. Von diesem Gel, was ich reingemacht habe, kann es sein, dass manchmal noch so ein kleiner Gelcast drauf klebt. Das ist aber total normal und das kann man einfach so auskneten. Was man auch machen kann, was ich jetzt auch öfter mal mache, ist, dass ich einfach ein Öl nehme und das nochmal so in die Spitzen gebe. Ich habe hier einmal das von Pamela Reif, dieses Ela-Öl. Finde ich eigentlich gut. Riecht sehr nice. Lässt meine Haare auf jeden Fall sehr weich wirken. Ich nehme davon dann so vier Tropfen. Pack das so in meine Hände. Reib das ein bisschen in meine Hände. Gehe damit einmal so durch meine Haare durch. Und dann fühlen sie sich auch richtig, richtig weich an. Also seitdem ich diese Haarroutine mache, sind sie so viel weicher geworden. Und ich weiß irgendwie auch jetzt nicht genau, an welchem Produkt es liegt. Aber fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich style sie dann ja meistens mit so einem hohen Dutt. Das kennt ihr ja von mir. Da packe ich dann meistens. Also es ist eigentlich so einfach. Dazu brauche ich jetzt nicht nochmal ein extra Video machen. Ich hole mir immer so zwei Strähnen hier vorne raus. Auf jeder Seite. Ich gucke hier auch auf die ganze Seite nach links, weil hier der Spiegel ist. Und dann packe ich die Haare einfach nur hoch. Und mache einfach ein Haarrummi hier rum. Das war es auch schon. Wichtig ist, dass immer der Mittelscheitel bleibt. Also ich packe die Haare nicht kopfüber hoch, sondern halt im Stehen, damit der Mittelscheitel bleibt. Und ansonsten packe ich halt hier hinten noch Spangen hin. Ich finde, ich mache sowieso überall Spangen hin, weil meine ganzen abgebrochenen Haare, auch hier unten sind die Haare ja total kurz, die fallen sonst aus dem Topf raus. So sehen meine Haare frisch gewaschen aus. Die fühlen sich so unglaublich weich an. Ich liebe es einfach. Und nachts mache ich dann einfach meine Satana-Gummis rein. Mach dann kopfüber so einen Dutt, damit der hier oben einfach ganz entspannt sitzt. Und so gehe ich dann schlafen. Habe auch einen Seiden-Kopfkissenbezug. Auf jeden Fall bin ich super happy damit. Und ja, ich habe diesen Kopfkissenbezug, glaube ich, schon seit fünf Jahren. Ich liebe es einfach. Und das war meine Lockenroutine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, falls ihr irgendwas vergessen habt zu erwähnen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht auch über ein Abo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.